Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass ich bei der ÖDP bin. Ich glaube, das, wie ich anfange, wird passen. Ich fange gar nicht mit der Schule an, sondern mit dem Zustand unserer Welt. Wo steht die Welt? Und die zweite Frage ist, was braucht die Welt? Und die dritte Frage ist, wie muss dann Bildung aussehen? Was heißt das für Bildung? Einige von Ihnen werden sich erinnern, andere haben vielleicht davon gehört, 1992 gab es die erste große Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Erstmalig haben sich alle Staaten getroffen, weil sie realisiert hatten, dass wir die großen ökologischen Themen, die großen sozialen Themen nur in globaler Partnerschaft lösen können. 1992 in Rio, dort wurde auch erstmals Ökologie, Ökologie und Soziales zusammengedacht. Und zu diesem Kongress sind drei zwölf- und 13-jährige Mädchen angereist. Und eine davon hat gesprochen. Mit der fange ich jetzt an. Wo steht die Welt? Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12- and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Gordon Gidler, Shell Gray, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles, to tell you adults who loves to change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Mostly my future is not like meeting an election. I'm here to see, but I don't want you to see. I don't want you to see, 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 I don't want you to see. I don't want you to see, I don't want you to see, I don't want you to see. And now we hear of animals and plants growing extinct, every day, spent forever. In my life, I have dreamt of seeing great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew, where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters or politicians. But really, you're mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world. towards one single goal. In my anger, I am not blind. And in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away. And yet, northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life. With plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for two days. Two days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich, and if I were, I would give all the sweet children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences. Who are you doing this for? We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything is going to be alright, it's not the end of the world, and we are doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown up say you love us, but I challenge you, please, make your actions, reflect your words. Thank you. Ja, das war vor 26 Jahren, man könnte diese Rede heute ähnlich halten. Es ist zwar viel Positives auch passiert, Zugang zu sauberem Wasser hat sich erheblich erhöht, Schulbildung, Grundbildung, die Zahl hat sich halbiert von den Kindern, die nicht in die Schule gingen und so weiter, aber wir haben riesige Herausforderungen und der Kontinent, wo diese Erfolge noch nicht greifen, ist Afrika. Ja, ja, wir haben ja ein bestimmtes Paradigma in unserer Gesellschaft. Wahrscheinlich leben, sind die, die jetzt hier heute sind, schon die Alternativen, aber das Hauptparadigma, was noch gültig ist, heißt ja, höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr in Konkurrenz gegeneinander. Wachstum, 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 ja, alternativlos. Wir wissen aber heute, dass dieses Wachstumsparadigma nicht zukunftsfähig ist. Wir haben riesengroße Probleme. Wir haben eine ökologische Krise. Ich habe da jetzt nur mal ein paar Dinge angesprochen. Wir holzen alle fünf Minuten im Amazonas-Regenwald-Fußballfeld ab. Wir töten jedes, jeden Tag, löschen wir 100 Arten aus, bis zu 100. Wir haben riesen Plastikproblemen. Wir haben, ich habe gerade gelesen, Gentechnik, die 75 Prozent des Saatguts ist in den Händen von fünf großen Konzernen. Jetzt haben wir den auch noch in Monsanto, hier auch noch in Deutschland. Ja, Glyphosat und so weiter und so fort. Wir vergiften unsere Böden. Auf Dauer in Deutschland sind in den letzten 27 Jahren 75 Prozent der Insekten vernichtet worden. Und, 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 und. Klimawandel. Besonders auch wieder in Afrika. Der ehemalige Geschäft der Weltbank war da jetzt mehrere Monate und ist wiedergekommen und hat gesagt, wenn wir jetzt nicht sofort handeln und den Temperaturanstieg drastisch einschränken, werden wir 200 Millionen Afrika-Flüchtlinge haben. Ja, wir haben die soziale Krise. Die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm oder werden auch immer ärmer. Das gilt global, aber auch national. Das ist ja in Deutschland auch schon der Fall. Wir haben als dritt, viert, fünftes reichstes Land der Welt haben wir 30 Prozent Kinderarmut. Unmöglich, unglaublich. Ja, und wir haben aber auch die Sinnkrise. Die Sinnkrise, viele Leute rennen, 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 schäffeln ihr Geld an, ein bisschen am Zusammenbrechen, in Burnout gehen und sagen, wofür mache ich das eigentlich alles? Heute darf man zum Glück darüber sprechen. Vor zehn Jahren durfte man bestimmte Themen wie Meditation, Achtsamkeit und so weiter ja noch gar nicht ansprechen, ohne in die ESO-Ecke gestellt zu werden. Also drei große Krisen, alle Ausdruck einer zunehmenden Entfremdung zwischen uns und Mutter Erde, die wir als wahre behandeln. Wir haben die spirituelle Verbindung, haben viele verloren, zwischen Mensch und Mensch, global auch vor allen Dingen, und dann zu uns selbst. Der Earth Overshoot Day, das ist ja der Tag, an dem wir in dem Jahr der Erde nichts mehr zurückgeben können, an dem, was wir entnommen haben. Der lag vor zehn Jahren im Dezember, der lag im letzten Jahr am 2. August. Und in der Zeitung lesen sie dann 1,6 Erden. Wenn man sich aber Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich anguckt, dann würde, wenn alle Menschen nach unserem Lebensstil und Konsumstil leben würden, bräuchten wir 3,3 Erden. Für Deutschland war der Overshoot Day schon vorbei, der war schon im April. Deutschland lebt schon auf Pumpen. Wir haben aber nur eine Erde und auch keinen Planeten B und auch keinen Plan B. Also kann man sich jetzt vorstellen, diese große Transformation, von der hier immer gesprochen wird, wir brauchen die große Transformation, was das eigentlich ist, von 3,3 Erden auf eine. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Es ist alles, alle kleine Sachen sind gut. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder beim Zähneputzen den Wasserhahn ausdrehe, aber es reicht nicht. Es geht um Konsumstile, um Lebensstile. Zeitwohlstand statt Güterreichtum teilen, statt Neukaufen, reparieren, tauschen, putzen und so lange wie möglich nutzen und, 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 und. Und ja, da stehen wir jetzt. Und es ist auch eine Riesenchance, dass wir rauskommen aus dieser höher, schneller, weiter Falle. Und das Einzige, was wir uns nicht leisten können, ist aussitzen, ignorieren, abwarten. Wir können es so gerade noch hinkriegen, aber wenn wir jetzt noch wieder schieben, 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 dann wird es eng. Und für eine gesellschaftliche Transformation braucht man eine Transformation des Bildungssystems, um das zu fördern, was dann die Gesellschaft auch braucht für die Transformation, lösungsorientierte Menschen, die es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen für sich selber, für andere und für unseren Planeten. Ja, und wenn man sich jetzt, könnte man sich ja fragen, wieso haben wir so eine Welt gebaut? Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die ist ja von Menschen gemacht. Und die an Schaltstellen sitzen, haben in der Regel Abitur und Studium. Wahrscheinlich auch öfter ein 1,0er Abitur. Und an den Bestunis gewesen. Wieso rennen die im Höher, schneller, weiter, wachst du mehr, verdienen Millionen und haben wir jetzt auch viele Krisen, sind dann auch nicht ehrlich, schieben Scheuergelder weg oder bescheißen uns, sage ich jetzt mal, mit dem Dieselskandal und so weiter, übernehmen nicht die Verantwortung. Die haben alle die deutsche Schule oder vielleicht auch in England eine Schule durchlaufen und wir wissen, unser Gehirn ist ein soziales Organ. Fairness, Mitgefühl, Gerechtigkeit, sind neurobiologisch verankerte Gefühle. Ja, und wir sitzen in der Konsumfalle. Also bis zum Zweiten Weltkrieg, in eins schließlich, war die Botschaft, zieh für Kaiser und dein Vaterland in den Krieg. Und alle sind gerannt. Das ist ja zum Glück heute nicht mehr möglich. Aber dann kam eine neue Story. Ja, eine neue Story und die hieß, die Menschen müssen Sachen kaufen, die sie gar nicht brauchen. Wir müssen die Menschen zu Konsumbürgern machen. Wir müssen ihre Gehirne verändern, hat Setscher gesagt. Wir müssen ihre Seelen verändern, damit die Wirtschaft immer größer wird. Und da sind Milliarden reingeflossen, wenn man sich anschaut, was jeden Tag für Werbung ausgegeben wird. Wenn wir da nur einen kleinen Bruchteil für Bildung oder was anderes hätten. Davon lebt ja Facebook. Ja, Werbung. Milliarden gehen da rein. Ja, und wir sprechen ja heute auch schon, das haben die auch gesagt, die konsumieren, muss an Religion werden. Ja, es ist schon so weit bei vielen. Wir sprechen von Konsumtempeln. Und der Ali Baba da in China mit seinem Onlinehandel, der zelebriert sich ja auch wie so ein Priester. Und der hat ja am 11.11. ist ja dieser Black Friday. Und da sind ja letztes Jahr an diesem einzigen Tag für 22 Milliarden Dollar Sachen bestellt worden. Ich weiß nicht, wie viele da wieder zurückgegangen sind. Das ist ja auch so ein Spielchen. Ja, und man ist jetzt, es gibt man richtig gefeigt, sind wir glaube ich nicht gegen diese Werbung, weil da die besten Psychologen der Welt dran sitzen. Aber es gibt Menschen, die sind anfälliger und Menschen, die sind nicht anfälliger. Und wer über Konsumieren seinen Selbstwert sich erhöht, der lebt meistens aus dem Mangel und nicht aus der Fülle. Ja, und dann denkst du, ah, wenn die es jetzt noch hast und jenes und dann bist du wer. Da gehen auch tatsächlich im Gehirn die Belohnungssysteme an. Aber sie wissen alle von sich selber, wenn sie mal so einen Frustkauf machen, das hält dann auch nicht so lange an. Und ja, und da bin ich jetzt dabei, wie wir eigentlich schon auf unsere Kinder aufpassen müssen. Sprech da erstmal auch Eltern an. Kinder brauchen eines. Geliebt zu werden, so wie sie sind. Ohne Erwartungen, ohne Ziele, ohne, dass sie ein Projekt dieser Eltern, ihrer Eltern sind. Und heute ist das aber oft so. Die Eltern sind heute auch total verunsichert. Tausend Ratgeber bei Bildungsbürgern jetzt so. Machst du jetzt Yoga in der Schwangerschaft oder Tai Chi mit Mann oder ohne und so weiter. Das sind ja alles Themen. Da hält man ja vor 30, also konnte man sich das gar nicht vorstellen. Ja, und ich setze mich manchmal im Prenzlauer Berg auf die Kinderspielplätze, wenn sich da die Eltern unterhalten, wenn die Kinder spielen. Da geht es eigentlich nur darum, deiner spricht schon, meine noch nicht und so weiter. Also nur um solche Sachen. Diese Kinder werden verglichen in der Sorge, dass mit meinem etwas nicht stimmt. Das ist ja alles Sorge. Das ist ja nicht jetzt Absicht. Man will sich sein Kind schädigen. Aber die Kinder spüren das. Und die wollen ja den Eltern, dass sie geliebt werden, später dann auch in Schule und so weiter und werden dann außenorientiert. Und das hält häufig an. Und da muss man sich spüren, dass man mehr will. Also ich mache das jetzt ganz kurz, das ist ja nicht mein Hauptthema. Aber dann kann es eben sein, dass man sich spürt, wenn man was hat, wenn man mächtig ist und so weiter. Also es fängt ganz unten an und ganz wichtig ist, dass wir sowohl Erwachsene, Erwachsene gegenüber als auch Erwachsener, Kind gegenüber nie jemand zum Objekt unserer Erwartungen machen und unserer Vorstellungen. Und dann ist Mama zufrieden oder Papa und sonst nicht. Wir müssen Subjekt-Subjekt-Begegnungen haben, gleichwürdig, gleichwertig. Ja, und wenn man so aus dem Mangel lebt, dann ist man konsumanfällig, Stallvorlage eigentlich für die Gesellschaft. Und wenn man aus der Fülle lebt, dann ist man nicht so anfällig für Konsum. Ja, und hier spielt jetzt die Schule eine ganz große Rolle mit den Erwartungen und ob ein Kind richtig ist oder gut ist oder sonst was ist, haut die Schule dann voll rein. In der Schule heißt dieses höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr heißt da schneller, effizienter, 1,0. Und wieder in der Haltung, in Konkurrenz gegeneinander. Die große Transformation bedeutet aber aus dem Konkurrenzmodus in die Kraft des Wir zu gehen. Ist also eine völlig andere Geisteshaltung. Ja, und Schule ist besonders nach Pisa und besonders seitdem sich in Deutschland dann diese Länder vergleichen und manche meinen dann, sie hätten das beste Schulsystem. Wenn Sie da in diesen Vergleichen oben stehen, dann kann man sagen, diese Effizienzoptimierung im alten System ist voll reingeschlagen, standardisierte Schüler, vermessene Schulen und, 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 und laufen im Hamsterrad. Und das geht dann so weit, dass wir Kinder mit neun Jahren im Burnout haben. Vor drei Jahren ist der Professor Schulte-Marquardt, der leitet eine kinderpsychiatrische Klinik in Hamburg, der hat gesagt, ich muss jetzt mal raus, weil die Psychologen, die schweigen ja auch alle. Oder die sagen, immer mehr Kinder sind krank, wir brauchen mehr Psychologen, als ob das die Lösung wäre. Ja, ist so. Und, ja, und der beobachtet seit nunmehr acht Jahren Kinder im richtigen, schweren Burnout, neunjährige Kinder, verinnerlichter Leistungsanspruch. Die 1,0. Und da noch ein Pünktchen und hier noch ein Pünktchen. Wer von Ihnen Lehrerin oder Lehrer ist, der kennt das, man gibt eine Arbeit zurück und dann wird um Punkte gefalscht. Ja, kann ich nicht da noch und dieses Wort noch und dann hätte ich eine Note besser. Und die Eltern gehen dann voll da rein, indem sie gute Noten mit Geld belohnen, bei schlechten Noten den Computer wegnehmen und bei einer 3 das Kind zur Nachhilfe schicken. Das Schlimmste, was man machen kann. Weil das heißt für dieses Kind, du bist nicht gut genug, du bist nicht richtig und so weiter. Denken wir nicht so drüber nach, weil es hat sich so eingebürgert, aber es führt nicht zum Selbstwert. Und die Kinder von heute haben es dann auch noch schwierig, die tummeln sich ja im Internet und dann haben sie zwei Drucks. Der eine ist zu funktionieren im Schulsystem mit Bestnote und der andere ist perfekt aussehen. Und es geht jetzt schon los, dass in Amerika Eltern ihren zwölfjährigen Kindern zum Geburtstag eine Brust-OP schicken, zur Brustvergrößerung. Und das wird bald auch hier rüber schwappen. Also da können wir gegensteuern, sowohl zu Hause als auch in der Schule. Denn das, was du wirklich brauchst, Autonomie, Anerkennung, Wertschätzung, Glauben an das Potenzial, an dieses Kind, Glauben kostet alles kein Pfennig Geld. Das ist alles Haltung und das sind die Grundbedürfnisse. Und wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, lebst du aus dieser Fülle nebenher raus. Ja, stattdessen machen wir hier so seelenlose Gesellschaften. Ja, und leider auch in der Schule schon oft. Und wenn wir über Bildung nachdenken, müssen wir darüber nachdenken, wie stark die Normierungskräfte und Normalisierungskräfte schon in uns sich verfestigt haben. Geht es überhaupt noch um Kinder? Ja, kleine Kinder, die wollen nicht um sieben Uhr, dann haben die noch ein Schlafbedürfnis. Und dann werden die da rausgerissen, weil die zur Schule müssen. Ja, oder weil die Eltern, die auf dem Weg da abgeben müssen und so weiter. Finden wir alles normal, denken wir gar nicht darüber nach. Und ja, das haben wir schon so eingeatmet und diese Schule, so wie sie ist, Schule hat ja zwei Eltern. Das eine ist die Kirche, da kommt die Belehrungskultur her und das andere ist das Militär. Daher kommt im Gleichschritt Marsch. Hat nichts mit Pädagogik zu tun. Und wir sind im 21. Jahrhundert und sollten das auch auflösen. Nächstes Jahr ist ein großes Jubiläum. Da ist 100 Jahre der Schulbeschluss. Also im Jahre 100 Jahre, was haben wir jetzt, 2019, ging es darum, ob Kinder zusammen in die Schule gehen können. Und dann haben die Höhergestellten gesagt, um Gottes Willen, ja, eine faule Kartoffel, die steckt mein Kind an. Und die anderen haben gesagt, acht Jahre gemeinsame Schule und dann hat man sich geeinigt auf den Konsens. Vier Jahre, der sollte dann irgendwie nach zehn Jahren oder so umgewandelt werden. Da stehen wir heute noch, besonders in Bayern. Ja, also ich habe jetzt gesagt, besonders in Bayern, weil hier ja ein ganz, ganz starker, also mit 2, 3, 3 kommst du auf Gymnasium und mit 2, 6, 6, glaube ich, mit Prüfung und dann nicht. Und dann bist du Hauptschüler oder hast du eine Hauptschule gehen oder was ist denn ein Gymnasiast eigentlich? Wird ja so geboren und das ist ja alles krank, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt mal ein Zitat rausgesucht von Ellen Key. Ellen Key ist die schwedische Sozialforscherin. Die hat dieses Buch geschrieben, das Jahrhundert des Kindes, das 20. Jahrhundert sollte das Jahrhundert des Kindes werden. Und es ist das blutigste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte geworden. Und es ist das Jahrhundert gewesen, wo wir große Erfindungen gemacht haben, technisch wahnsinnig vorangekommen sind, aber eben auch Massenvernichtungsmaschinen erfunden haben, Atombombe und solche Sachen. Und das zeigt, dass die Vermehrung von Wissen, die Leute sind ja auch alle auf humanistischen Gymnasien gewesen, nicht zur Vermehrung der Menschlichkeit führt. Also, dass das nicht ein Automatismus ist, ja, auf einem humanistischen Gymnasium gewesen zu sein. Und die hat geschrieben, wo habe ich sie denn jetzt eigentlich? Jetzt ist sie gar nicht hier. Da muss ich mal eben gucken, ob ich sie noch auf die Reihe kriege. Ach, das habe ich, glaube ich, bei dem Burnout. Ja, erst wenn man im Kind die neuen Schicksale des Menschengeschlechts ahnt, wird man behutsam mit den feinen Fäden in der Seele des Kindes umgehen. Weil man dann weiß, dass diese Fäden einmal die Geschehen der Welt bilden werden. Und wenn wir die Kinder in eine bestimmte Richtung pressen, dann entwickeln die bestimmte Emotionen und bestimmte emotionale Fähigkeiten auch nicht. Also, lasst uns wieder an die Kinder denken, ich finde hier so, wie das Mädchen aufgehört hat. Da kann man sich ja gut merken, geht es überhaupt noch um uns. Ja. Was braucht die Welt? Die Welt braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich einbringen, die nicht nur an sich denken, sondern gemeinwohlorientiert handeln, denken, fühlen. Und die es gewohnt sind, lösungsorientiert zu denken und nicht Pflichterfüllermodus haben. Und die ziehen dann los und sagen, jetzt geht es um die Transformation und wir ganz vorne an und Opa, Papa und die ganze Kommune mit. Jetzt geht es nämlich um den Change. Und dafür braucht man Mut und dafür muss man ins Handeln kommen. Und ich behaupte ja, ich glaube, da ist auch was dran. Wir, die Erwachsenen, gucken uns ja ziemlich viel an und gucken zu und sitzen aus. Und wieso werden wir nicht alle aktiv? Und da habe ich so den Eindruck und manche sagen das ja auch, ja, aber ich klein, was soll ich denn machen? Ich kleine, so und so, Anna, Michael, sonst wäre ich, ich kann auch nichts machen. Und das glaube ich, da hat die Schule mit zu tun, die uns Fehlerangst, Kleinheit, geringes Selbstwertgefühl eingeprägt hat und uns nicht die Erfahrung hat machen lassen, dass du natürlich etwas bewirken kannst. Da komme ich später drauf, wie man Schule anders machen kann. Ja, und wir müssen uns klar werden, über den heimlichen Lehrplan, das Wissen in der Schule, da geht der Impact gegen Null. Wenn ich Ihnen jetzt, wenn Sie nicht gerade Technik oder Mathe studieren, eine Mathematikaufgabe aus Klasse 12 gebe, werden hier die meisten dran scheitern, wahrscheinlich schon aus Klasse 10. Und vieles andere ist einfach vergessen, wenn man sich da nicht mehr mit befasst. Fast, so Studien sagen, so 95 Prozent maximal behält man, dafür quälen wir uns da durch. Aber was man behält, was Schule massiv prägt, sind Einstellungen und Haltungen. Ja, wie die Schule aufgestellt ist. Und da habe ich einfach mal ein paar, also die Einstellungen und Haltungen prägen sich durch die gelebte Kultur. Und in vielen Schulen, lange nicht in allen, aber in noch viel zu vielen Schulen, geht der Stoff vor Mensch. Geht das Durcharbeiten des Buches vor, ist gerade hier mit dem Kind. Und da spielen Eltern auch eine Rolle. Wenn du keine Bücher mehr hast, hast du das aus dem System genommen. Wir haben keine Bücher mehr bei uns, deswegen können die Eltern nicht kommen. Aber ganz oft kommen Eltern und sagen, Klasse C ist schon drei Lektionen weiter als Klasse A. Was ist da los? Was stimmt da was nicht mit der Lehrerin und so? Diese ganzen Vergleiche, ja, das ist ja Alltag. Ja, und dann geht der Stoff vor Mensch, das spüren natürlich die Kinder. Ja, klar. Ja, und dann diese permanente Kontrolle. Die große Transformation braucht das Vertrauen in etwas, das wir noch nicht kennen. In das Unbekannte. Vertrauen, loslassen. Und vielleicht Sachsen noch, aber ich glaube, in keinem Land wird schulisch so viel kontrolliert wie in Bayern. Mir hat gerade eine Frau erzählt, alle vier Jahre werden die Lehrer beurteilt. Bis zur Pensionierung. Und zittern dann schon. Aber die Kinder bewerten wir jede Woche. Und die Erwachsenen halten es nicht aus, alle vier Jahre. Ja, und wie viel Zeit da reingeht und wie viel Angst und wie viel, ja, das überträgt sich doch auf einen, dieser Angstmodus, dieser Kontrollmodus. Wie soll ich denn dann loslassen? Und mir hat neulich einer erzählt, ich weiß nicht, ob das nur für Gymnasien gilt, dass wenn eine Klausur wiedergegeben wird, zumindest Oberstufe, aber ich glaube auch Sec 1, dann muss der Geschichtslehrer, die nach einem bestimmten Modus korrigieren, eintragen alles und es dem Fachbereichsleiter geben. Der macht das Ganze nochmal und gibt es dem Schulleiter und der macht das Ganze nochmal, weil ja vielleicht mal eine Arbeit eingezogen werden könnte. Und wie viel Zeit, ja, da drauf geht, die man ja für was anderes nutzen könnte, aber noch schlimmer, der Geist. Ja, Kontrolle, weil man dann glaubt, dann hätte man alles im Griff, schon diese Ausdrücke. Nichts hat es im Griff, war nichts. Ja, stattdessen Vertrauen. Ja, die ständige Bewertung, in keinem Bereich in der Gesellschaft wird so viel bewertet wie bei Kindern. Und viele Grundschulen geben Noten. Unmöglich. Die Erwachsenen halten das nicht aus und die Kinder werden da bewertet, die kriegen einen Wert. Ja, wenn du eine 4 bist, sagen die, bin ich ausreichend als Mensch. Ich habe schon Kinder gehabt, die kamen mit dem Zeugnis, ich bin ein schlechter Mensch. Ich sage, wie, du bist ein schlechter Mensch. Ja, ich habe nur 2,0 Durchschnitt. Die anderen hatten alle eins, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich war neulich, schon ein bisschen her, war ich an der Kasse und da hat so ein kleiner Junge, hat gesagt, Mama, weshalb darf ich nicht mit meinen Freunden aufs Gymnasium? Und da hat die Mutter gesagt, weil du zu schlecht bist. Das muss man sich mal vorstellen. Man sagt das jetzt so daher, aber was heißt das jetzt für so ein Kind? Du bist schlecht, der andere ist gut. Unser selektives Schulsystem ist Gift für die Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie die Heidmeier, also ich weiß gar nicht, wie weit Sie sich mit Schulen, mit Schulsystemen befassen. Dänemark, Schweden, Finnland, die haben ja alle 8 oder 9 oder 10 Jahre gemeinsame Schule ohne Noten, sind gute PISA-Sieger, obwohl PISA ist ja auch nicht. Nicht, ja, aber wenn wir immer nach PISA schielen und Italien hat seit 30 Jahren die inklusive Schule. Und das ist ja bei uns echt ein Sonderweg. Und Österreich hat jetzt tatsächlich einen Modellversuch, Modellregionen, wo es nicht mehr die verschiedenen Schularten gibt, sondern nur noch eine für alle als Modell. In Deutschland undenkbar. Heidmeier, der Professor Heidmeier hat eine Langzeitstudie gemacht. Über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten, zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2012. Das Ergebnis war erschreckend und ist überhaupt nicht diskutiert worden in der Öffentlichkeit, obwohl dieses Ergebnis in der Zeitung stand. 25% ist immerhin jeder vierte Mensch sagt, Werte sind ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Es geht nur noch um Effizienz und mehr. 33% sagen, es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen. Und 34% sagen, Deutschland kann sich weniger nützliche Menschen nicht leisten. Das war vor der Flüchtlingskrise 2012. Sonst könnte man ja vielleicht noch einen Zusammenhang sehen. Ist doch erschreckend. Und 40% ist ja fast jeder zweite. Der sagt, wir kümmern uns zu viel um Schwache und Versager. Was ist denn für eine Kultur? Ist doch keine Menschlichkeitskultur. Jetzt hat der Heidmeier festgestellt, dass die Menschlichkeit gar nicht verloren gegangen ist, sondern die Begegnung fehlt. Bestimmte, wir haben in großen Städten die Segregation. Da wohnen die, da wohnen die. Und der hat auch herausgefunden, dass eine Hauptursache von Menschenfeindlichkeit die Betonung der Ungleichwertigkeit ist. Und das deutsche Schulsystem betont massiv die Ungleichwertigkeit. Jemand, der zur Hauptschule geht, ist nicht so viel wert wie einer, der zum Gymnasium geht. Und deshalb müssen wir das überwinden im 21. Jahrhundert. Und wir haben ja in vielen Ländern in Deutschland auch gute Gesamtschulden und so. Aber immer noch hast du dieses Gymnasium und dann geht der Druck los. Und Sie kennen ja selber den Druck in der vierten Klasse. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt Druck, damit die 2,33 da draufsteht. Schreibst du eine Arbeit 3, dann hast du gar keine 2,33 mehr. Das sind alles sehr seltsame Dinge, die hier passieren. Ja, und Beziehung ist so wichtig. Beziehung, Lernen läuft über Beziehung. Aber wenn du Stoff durchziehst, kannst du gar nicht in Beziehung gehen, weil dir immer das Abarbeiten der Standards und so wichtiger ist als der Mensch. Das wird dir alles über die Spiegelneuronen und so, kriegst du das alles mit. Und was wir dann auch noch machen ist, zumindest in den weiterführenden Schulen sehr oft, wir bauen die Schulen als Beziehungsverhinderungsanstalten, als System auf. In der Grundschule ist es halt manchmal anders, da haben ein, zwei Lehrer fast allen Unterricht in einer Klasse, dann kannst du auch mal Projekte machen und so. Es gibt ja so 50% der Grundschulen, die ganz toll arbeiten und 50% arbeiten im alten System, so ungefähr. Aber dann ist Schluss in den weiterführenden, dann hast du Deutsch, Englisch, Mathe, Sport, Physik, Religion. Ja, nichts hat miteinander zu tun, aber der Englischlehrer rennt alle 45 Minuten in eine andere Klasse, hat da über 100 junge Menschen, soll jeden individuell fördern, soll jeden wertschätzen, das geht überhaupt nicht. Deswegen müssen wir neu denken, die Lehrer haben weniger Klassen und mit denen viel Zeit. Wie das gehen kann, erzähle ich gleich. Und dann kannst du auch wertschätzen, kannst ja nicht Menschen wertschätzen, die du gar nicht kennst. Ja, dann machst du nicht Smilies, aber das ist ja keine Wertschätzung. Ja, und generell sind unsere Schulen durchdrungen vom Defizitblick. Wir sind alle so aufgewachsen, aber unser selektives System hat da auch viel mit zu tun. Ist der gut genug, um aufzusteigen? Ist der gut genug fürs Gymnasium? Ist der gut genug für die Oberstufe? Und so weiter. Wir brauchen aber den Potenzialblick. Ja, und in Zeiten, wo eine der größten Herausforderungen der Umgang mit Komplexität ist, arbeiten wir im Fächerkorsett. Das ist alles unfassbar irgendwo. Ja, aber das Schlimmste ist eben diese Fehlerangst statt Mut. Das ist ja der größte Impact auf die Menschen, Fehlerangst. Deswegen haben wir ja auch so wenig Gründer und so weiter und so wenig Leute, die Risiko eingehen. Immer Schule im Hintergrund. Ja, und dann kommen da raus Pflichterfüller. Statt Zukunftsgestalter, statt Global Mindedness, Global Citizens. Und das Interessante ist ja, dass viele Unternehmen ja gar nicht mehr auf Noten gucken. Ich hatte neulich, neulich ist auch schon zwei Jahre her, da hat Lufthansa mich angerufen, und zwar die Abteilung, die die Zukunft, also die Menschen von den Unis holt, von denen sie glauben, sie haben das Potenzial, einmal CEO zu werden. Das war vor drei, warte, da war ich noch, vor zwei Jahren so ungefähr. Dann hat sie mir erzählt, bis drei Jahre davor haben wir die Best-Unis der Welt besucht, uns die Einser genommen, und die sind dann gekommen. Sie gucken auf keine Note mehr, auf kein Studienfach mehr, auf kein Studienort mehr. Und die 1,0er gucken sich ganz genau an. Ein 1,0er kann auch ein kreativer, toller Mensch sein, aber viele sind auch am besten durchs angepasste System gegangen. Und du musst dich da bewerben, mit einem Film, der deine Persönlichkeit zeigt, und in den du einige vorgegebene Dinge kreativ einbauen musst, und dafür hast du, glaube ich, fünf Stunden Zeit, und dann nur drei Minuten Filmen. Die sind super, die stehen auch im Internet. Ja, und dann kommt noch ein anderer Prozess, und wenn sie dann ihre Gruppe haben, dann kriegen die 18 Monate Persönlichkeitsbildung. Peer-to-Peer-Coaching machen wir in der Schule. Die gehen alle drei Monate nach Indien in ein soziales Projekt, machen wir in der Schule. Und so weiter, damit überhaupt lernen, aufeinander einzugehen, im Team zu arbeiten, Perspektivwechsel vornehmen können, und so weiter. Machen die dann, weil die brauchen persönlichkeitsstarke, kreative Leute und keine Anpasser. Und dann die Eltern, die dich dann immer zur Nachhilfe schicken, damit du die 1 auf dem Zeugnis hast. Ja, also die Unternehmen, die sind schon woanders. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen mal einen kleinen Film. Die meisten Kinder müssen sich einfach mehr trauen, sie müssen sich selbst vertrauen und auch selbstständig sein, weil wenn sie selbstständig sind, dann können sie auch mit Herausforderungen umgehen, dann lernen sie auch Verantwortung zu übernehmen. Mein Name ist Peter Schmitz, ich bin Arbeitsdirektor bei der TUI Deutschland GmbH, 50 Jahre, verheiratet und komme aus Wiesbaden. Von Beruf her, Gericht. Nein, Kinder nicht, nur einen großen französischen Hürdenhund. Okay, der geht nicht zur Schule. Nein, aber der hätte es dringend nötig. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Grünger Kreises hatten wir Frau Raasfeld mit zwei Schülerinnen im Sommer 2014 zu einem Vortrag über die Schule im Aufruf bei uns. Und wir waren restlos begeistert. Das waren zwei Schülerinnen, die waren so um die 14 Jahre alt und die haben uns von den Lernbüros erzählt, haben uns von der Eigenverantwortung erzählt, die sie dort an den Tag legen müssen. Und wir waren alle so begeistert von der Persönlichkeit von den zwei jungen Damen und wie stark dort auch das Thema Persönlichkeit formen und fördern in den Vordergrund gestellt wird von der Schule im Aufbruch, dass wir ja spontan gesagt haben, wir wollen dort gern zusammenarbeiten. Mein Name ist Franz Eichinger. Ich bin Geschäftsführer in der Gesellschaft eines Unternehmens, das sich damit beschäftigt, dass Menschen gesund ihre Arbeit machen können. Ist sie eine Idee, wie Schule sie darauf vorbereiten könnte? Ja, aber es gibt eine ganze Menge Ideen. Ich glaube, Ihre Schüler wissen schon ganz vieles darüber, wie man das üben kann. Also vieles tun sie an dieser Schule ja schon. Das heißt gerade das Thema Eigenverantwortung, das Thema Freiheit im Denken, das Thema kritisch sein zu dürfen, viel zu diskutieren, Eigenverantwortung zu übernehmen, aber auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Das sind Dinge, die muss man im Alltag praktisch üben und das kann man gar nicht früh genug tun. Und Lernen heißt in dem Fall jetzt nicht wissensmäßig aufnehmen, sondern ich muss es probieren. Ich muss es erleben. Ich muss auch mal einen Misserfolg damit erleben. Also das heißt, ich muss damit umgehen lernen. Deshalb heißt es ja wirklich entwickeln von solchen Kompetenzen und nicht vermitteln von solchen Kompetenzen. Wir sind jetzt zusammengekommen, um über Kompetenzen zu reden und wir versuchen jetzt rauszufinden, was sind so Kompetenzen, die idealerweise Berufseinsteiger, aber auch Leute im Beruf brauchen, aus ihrer Perspektive. Wir wünschen uns Auszubildende, Universitätsabsolventen, die mit Kompetenzen Lernveränderungsbereitschaft zu uns kommen, die Verantwortung übernehmen, die Initiative zeigen. Wir stellen fest, dass die Schulen stark Frontalunterricht machen, dass dort offensichtlich wenig Zeit besteht, sich um Sozialkompetenzen, persönliche Kompetenzen zu kümmern. Und dadurch haben wir verstärkt Probleme mit gerade diesen Kompetenzen, Lernen und Veränderungsbereitschaft, mit Thema Verantwortung übernehmen, Initiative zeigen. Das sind Dinge, an denen es leider etwas mangelt. Ich stoppe den mal hier, wenn Sie der Film interessiert, der ist auf der Seite von Schule im Aufbruch im Internet dann auch. Also alle, die auftreten, sagen alle, Eigeninitiative fehlt, Verantwortungsübernahme fehlt und Veränderungsbereitschaft, weil die Unternehmen, die sind ja in einem ständigen Wandel durch die Digitalisierung, die bleiben ja nicht stehen. Und da brauchst du natürlich Menschen, die da mitgehen und die nicht immer sagen, ja sag mir, was ich tun soll. Das mache ich dann auch. Und wie lernt man denn, wie lernt man Veränderungsbereitschaft? Kinder lernen zu 80% durch das Vorbild von Erwachsenen. Und die Schule bleibt stehen. Und wenn wir nicht die Schule, also, oder nicht wenn wir nicht, aber es wäre super, man würde richtig jetzt große Schritte gehen mit den Kindern, den Eltern, der Schule, dem Schulleiter, allen zusammen in das Neue. Das Schlimmste, was Kindern passieren kann, sind perfekte Erwachsene. Weil den ganzen Perfektionismus, den müssen wir ja zurückdrehen. Und wenn die mal sagen, ja nee, und dann haben wir nicht gelernt und können wir nicht und dies und jenes, dann kommt so die Botschaft, ich möchte ja gerne, aber wir dürfen nicht. Fatal. Wir dürfen nicht. Wie Courage, wäre mal angesagt. Also diese Botschaft, ja, wir dürfen nicht. Was heißt das denn? Wir sind doch in einer freiheitlichen Demokratie und die Aufklärung war schon vor langer Zeit. Ja, aber das sind alles heimliche Botschaften, die so rüberkommen. Und ich zeige jetzt noch mal einen Film, klein, aber auch nur eine Minute. Niemand weiß, wie die Zukunft wirklich sein wird. Informations- und Kommunikationstechnologien verändern drastisch, wie Gesellschaft funktioniert und wie globale Kulturen interagieren. Die Kinder von heute werden als Erwachsene in einer Welt leben, die sich beträchtlich von der unterscheidet, die wir heute kennen. Sie werden Probleme lösen müssen, die unser gegenwärtiges Verständnis übertreffen, mit Fähigkeiten, die noch zu definieren sind, mit Werkzeugen, die noch geschaffen werden müssen. Wie preparest du ein Kind für das? Ich denke, wir müssen uns in der Nähe für den Unkönnen, für was kommt, für nimble ways of thinking about it, für large understandings die können uns code das Unkönnen als das Unkönnen. Und zu mir, das bedeutet, 90% von was wir typically teach ist ein Waste von Zeit. 90% von was wir teach probably constitutes particular skills und particular nuggets of knowledge that those kids will never encounter again in a significant way in their lives. It just doesn't matter. Well, that is completely bizarre. We simply have to do better than that. So, sustainability. How can we make the planet make it more sustainable? What can we do? What can you guys do? Eine der wichtigsten Arten, wie Schülerinnen und Schüler sinnvoll lernen können, ist durch selbstgesteuertes und erforschendes Lernen. Inquiry is about thinking to make meaning. So when we try to seek understanding of the world around us, we ask questions, we wonder, we plan, we analyze, we create, and we reflect. Education is not a spectator sport. It is something that kids have to be engaged in. And so we're moving towards that, more problem-based learning, more project-based learning, where kids have hands-on kinds of experiences and they're learning and constructing meaning for themselves. Sometimes that's kind of scary for educators because kids might come up with their own meaning rather than having our meaning. So we have to feel comfortable with the fact that it's not so much our meaning, but rather it's the process of constructing meaning that will last kids throughout the rest of their lives. It is our responsibility as parents and educators to shift the fundamental principles upon which we educate our children for their future and beyond. There's an urgency in the air in every country around the world. And it's time we act. Ja, und weltweit sind auch, ist viel in Gang. Also ich bin in Südkorea, in Bangkok, in Hongkong. Da sind immer große Kongresse mit internationalen Spiekern, wo die Frage gestellt wird, welche Bildung brauchen wir im 21. Jahrhundert? Die wird in Deutschland ja nicht gestellt, weil hier haben wir keine Bildungsvision, weil hier heißt ja, dass die Botschaft oder ich weiß jetzt nicht das richtige Wort, die Länder fighten im Konkurrenzkampf und GISA-Punkte und IQB. Das ist ja keine Bildungsvision. Ja, was bedeutet das für Bildung? Lernen muss sich substanziell, tiefgreifend und radikal verändern, radikal an die Wurzel gehend. Also diese ganzen, vorhin hatte ich die Begriffe gegenübergestellt, die müssen alle wenden. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder, die sind dann auch lustig. 100 Jahre, das ist dann so eine lineare Entwicklung und dann kam der kulturelle Sprung, das Handy. Das Handy ist ja kein Telefon. Wir stecken noch im dominanten Menschenbild. Menschen müssen geführt werden, die Defizite müssen erkannt werden und so weiter. Die Unternehmen sind dabei, sich umzustellen und ich war letzte Woche auf einer Konferenz, das heißt ja jetzt alles Agile, HR und Agile und so weiter. Ja, du brauchst ja Teams und Schnelligkeit und Mitdenken und Vordenken und so. Wir brauchen eben die WeQ. WeQ more than IQ. Die Wir-Qualitäten. Ja, die Wir-Qualitäten. Kollaboration, Beziehungsqualitäten, Vernetzungsqualitäten und Schule, in Schule, das sieht man ja hier auch, auch in der Uni, sammelst du Einzelnoten für Einzelbewertung und kriegst dafür ein Einzelzeugnis. und ja, die Zukunft braucht eben anderes. Weshalb? Das ist ja auch gar kein Anspruch. Bei uns kriegt einer ein Abitur, der da so eine Einzelarbeit schreibt. Der hat doch nicht die Reife für die Zukunft. Die müssten doch Arbeiten kriegen, die man nur im Teams in gemeinsamer Arbeit lösen kann. Ja. Ist egal, ich höre jetzt auf. Ich muss nur dran denken, da hat doch irgendeiner, hat doch ein Tresor aufgemacht und da mussten jetzt die ganzen Englisch-Klausuren nochmal und die will uns da alle für den Stress machen. Ja. Und die Kreativität geht leider verloren in der Schule. Und das hier der Langzeitversuch der NASA, die haben ja Kinder weiter beobachtet und die waren im Alter von fünf Jahren, hatten die noch 98 Prozent so Kreativitätspotenzial und als Erwachsene dann nur noch zwei. Und du kannst ja auch nicht kreativ sein, also erstmal ist sie die ganze Schule mit ihrem Pflichterfüller und tu, was dir gesagt wird. Du sollst, statt ich kann, ist ja auch die Botschaft, du sollst, statt ich kann, Arbeitsblätter ausfüllen. Wie hat sich dann ein 50-Jähriger im So-und-so-Verlag ausgedacht? Für ein nachtjähriges Kind und Anspruch haben die überhaupt nicht und die werden dann künstlich mit dem Leben verbunden, aber das ist alles nicht das, was Kinder brauchen und wie man lernt, Lernen braucht Begeisterung, Begeisterung braucht Bedeutsamkeit und Bedeutsamkeit braucht Sinn. Also der Kultur- und Haltungswandel steht an, aber die ist eben auch jetzt schwierige Haltung zu verändern. Die kannst du dir nicht anlesen, das ist ganz schön schwierig und da müssen wir alle mitgehen und auch ruhig alle mal wieder scheitern. Ja und für so eine Änderung in so eine Potenzial-Entfaltungsschule und Gesellschaft, da brauchst du so zutrauen, also den Menschen als mündigen Bürger zu sehen, du musst loslassen und höchstmögliche Freiheit geben und du musst eben Vertrauen in Unbekanntes haben und dich in Unbekanntes begeben, vielleicht auch mal scheitern, aber dann auch wieder etwas neu denken und dann doch nicht scheitern, also scheitern, produktiv zu wenden ist ja das Beste, was du machen kannst. Also wir brauchen den kompletten System-Change. Was wir bisher gemacht haben, sind Reparaturen im alten System, haben auch viele Unternehmen gemacht. Die meisten Unternehmen gehen jetzt in den System-Change und da hast du ganz andere, da gilt nicht Gehorsam, Sorgfalt, sondern Hingabe, Kreativität, Initiative. Wir brauchen den System-Change in unserem Bildungssystem. Ja, und jetzt komme ich nochmal auf den Anfang zurück, auf dieses Mädchen. Es gibt einen Begriff, der heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, abgekürzt BNE. Und damals auf der Rio-Konferenz 1992, da war das Abschlussdokument, hieß Agenda 21, was zu tun ist im 21. Jahrhundert, haben dann die Kommunen alle unterschrieben, gab es in München bestimmt dann auch im Rathaus so Agenda-Gruppen und sowas, alles ist ein bisschen eingeschlafen in einigen Städten. Und da ist ein Kapitel über Bildung drin und da ist auch ein Kapitel über Kinder- und Jugendpartizipation drin. Da steht zum Beispiel, Kinder und Jugendliche sind ganz früh in allen für sie relevanten Bereichen einzubeziehen, ganz früh, nicht nur, weil es ihre Zukunft betrifft, sondern weil sie Ideen und Gedanken einbringen, die viel kreativer sind als wir in unserer Box und wir das ganze Potenzial mit nutzen müssen, ist null eingelöst. Null. Bis auf ein paar Städte, wo tatsächlich Kinder im Rat sitzen oder 15% für Kinderbeteiligung gegeben wird, aber en gros null eingelöst. Und wir sind jetzt 26 Jahre nach Rio. Ja, und interessant ist jetzt, die UNESCO hat nach dieser Rio-Konferenz eine hochrangige Kommission eingesetzt um Jacques Delors und die sollten herausfinden, wie müssen die Schulen der Zukunft aussehen, damit uns die gesellschaftliche Transformation gelingt. Weil solange die Schule, Pflichterfüllermodus, Angst und so weiter, dieses alles den Menschen, die Menschen so prächt, kannst du nicht in die Kraft des Wir gehen und die ganze Gesellschaft verändern und ins Unbekannte gehen. Die haben drei Jahre gearbeitet und haben dann dieses Buch herausgebracht, die haben Learning the Treasures in, Lernfähigkeit unter verborgener Reichtum, die haben herausgefunden, 50% des humanen Begabungspotenzial werden in unseren Schulen gar nicht gehoben, des humanen. Ist doch toll. Wir haben einen Schatz zu heben, der ist doch super, ja, sonst könnt ihr auch verzweifeln. Also wir können ganz viel bewegen. Bildung muss die Saat eines neuen Humanismus werden. Gegenteil ist mit Pisa passiert, aber das ist auch wie Pisa in Deutschland aufgegriffen wird, in einigen anderen Ländern. Macht so das mal nebenbei? Ich weiß gar nicht, für den Hype, wir für den Hype um Pisa machen, verstehe ich überhaupt nicht. Und die haben dann, jedem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, sich als selbstwirksam zu erfahren, sich in die Gesellschaft einzubringen und so weiter. und die haben dann 1996 empfohlen, die Neuorientierung des Curriculums anhand der vier Säulen, Lernen Wissen zu erwerben, Lernen zusammen zu leben, Lernen zu handeln und Lernen zu sein. Und damit war der Begriff BNE geboren, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ja auch an alle Schulen gegangen, aber irgendwie fast an allen vorbeigegangen. Ich hatte damals 1996 die Chance, das Geschenk, eine große Gesamtschule aufbauen zu dürfen in Essen, in einem sozialen Brennpunkt und wir haben die Schule anhand dieser vier Säulen aufgebaut. Wir haben uns Agenda-Schule genannt, noch bevor die Stadt Essen unterschrieben hatte, was dazu führte, dass unsere Kinder alle in den Gremien der Stadt saßen, die Fünft- und Sechsklässler. 150 Kinder sind im Bus in die Zeche Zollverein gefahren und haben an den Leitlinien der Stadt Essen mitgeschrieben und so weiter. Das war ganz toll. Ja, BNE in einem Wort übersetzt Gestaltungskompetenz. Für Gestaltungskompetenz brauchst du Wissen, komplexes Wissen, Bewusstheit, Tools, Gestaltungstools und Handlungsmut. Wenn du alles hast, dann gehst du in die Gestaltung. Ja, und dann gab es in Deutschland wie so oft schon, ein Bund-Länder-Kommission Modellversuch Bildung für nachhaltige Entwicklung. 50 Millionen sind Bund-Länder-Kommission Modellversuch, ist abgeschafft worden, aber es gab es für viele Bereiche, dann mussten so und so viele Länder mitmachen und der Bund hatte auch Geld reingetan, da war noch kein Kooperationsverbot, ist ja früher auch nicht gewesen. Ja, und dann ist so ein Modellversuch zu Ende und dann soll es in die Breite gehen, aber die Gelder werden alle abgezogen und dann sagen die Schulen, ja ohne zusätzliche Ressourcen können wir alles nicht machen, also man kann sagen ist in Sand gesetzt. Und auch das Bundesbildungsministerium sagt, wir sind mit Bildung für nachhaltige Entwicklung bisher gescheitert, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist nur einer Fachöffentlichkeit bekannt und das ändert sich jetzt, weil jetzt ist ein Kairos-Fenster auf, auch für Bayern. Der Hammer fiel und Jubel brandete auf. Die Einigung auf den Text kam in New York so überraschend, dass sie nur auf Handy-Videos festgehalten wurde. Amina Mohammed hat die Verhandlungen koordiniert. Wir haben hier eine extrem ambitionierte Agenda beschlossen. 193 Länder sind sich nun einig, wie wir auf die großen universellen Herausforderungen in dieser Welt reagieren wollen. Hier geht es um uns alle und das macht es historisch. Wissen Sie vielleicht noch nicht, um was es geht? Machen wir eine kleine Aufklärung. Das sind die 17 globalen Ziele auch Sustainable Development Goals oder Agenda 2030. Die sind am 15. September 2015 beschlossen worden nach einem einjährigen sehr intensiven Prozess auch, Beteiligungsprozess, Zivilgesellschaft war sehr stark eingebunden, die NGOs und bis 2030 sollen die erreicht sein, das heißt in der großen Linie Klimawandel reguliert, Armut im Museum und mehr Gerechtigkeit, also deutlich, deutliche Schritte. Nun sind schon zweieinhalb Jahre vorbei und 90% der Bevölkerung haben die nicht wahrgenommen. Die waren in der Tagesschau, die standen in der Zeit oder so, aber dann lässt das ja so vorbeigehen. Und Nummer vier, das Ziel heißt Quality Education. Zum Beispiel mit dem Unterziel Sichern eines integrierenden Bildungssystems für alle. Ein integrierendes Bildungssystem für alle ist das Gegenteil von einem selektierenden Bildungssystem. Und Quantität ist nicht gleich Qualität. Die Leuferner Universität hat eine Studie gemacht zum Nachhaltigkeitsbewusstsein der 15 bis 21 Jährigen. Dabei ist rausgekommen, in den normalen Fächerkorsettschulen kann Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht umgesetzt werden. Schulen scheint es an Innovationsbereitschaft und überhaupt Ideen zu fehlen. Weil es ist so, ich habe ja schon gesagt, ich meine, das muss man sich nochmal so deutlich machen, Deutsch, Englisch, Chemie, Geografie, Religion, Sport. Hausaufgaben, Englisch, Mathe, blablabla, Hausaufgaben, Test, 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 die ganze Woche ist voll, du bist überhaupt in diesem Modus erfüllen und so und bewertet werden und Angst und so und jetzt kommt es und wir haben eine sehr veränderungsbereite Jugend, das hatten wir noch nie. Viele wollen anders arbeiten, mit mehr Sinn, auch weniger Geld verdienen, viele ernähren sich auch schon anders und sagen, ich mache doch Carsharing, ich nehme doch gar kein Auto, haben auch Ideen und so. Jetzt kommen die Schule, alles zugepackt, der Begriff Fächerkorsett stammt aus dieser Studie, ich finde den gut, ich habe mir den jetzt angeeignet auch, jetzt kriegen die nur Katastrophen, wie wir auch. Wenn wir heute Abend den Fernseher anmachen, fängt der ja nicht an mit Good News. Wir haben jeden Tag Good News, wir haben zwei Millionen Initiativen auf der Welt, die schon richtig gute Sachen in die Welt bringen, viele davon Social und Ecological Entrepreneurs, junge Menschen und so weiter, da lassen sich Jugendliche sofort anstecken und sagen, boah, ich will dann auch. Nee, kriegst du wieder da einen Krieg, da dies, da jenes und so weiter. Ich glaube, diesen Kanal und auch diese Talkshow müssen wir uns selber machen und die muss so attraktiv sein, dass da Millionen Menschen draufgehen, da bin ich gerade am Nachdenken drüber. So, und wenn die jetzt nicht Freiraum kriegen, um rauszugehen und etwas zu tun, wo sie merken, ich kann die Welt verändern, ich kann was tun für andere, für die Ökologie, für Menschen, was Soziales und sich als selbstwirksam erleben, dann ist die Gefahr groß, dass die ähnlich inaktiv werden wie wir, weil du das dann ja so zur Seite schiebst, hast nicht die andere Erfahrung, du bist ja völlig überfordert mit den ganzen Katastrophen. Ja, und deshalb ist es total wichtig, dass wir diese Freiräume schaffen. So, und jetzt ist was richtig Gutes passiert. Die UNESCO hat jetzt nach diesen Global Goals hat die einen Weltaktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung rausgebracht, die Roadmap. Und da stehen Sachen drin, die UNESCO hat ja schon oft gute Sachen geschrieben, aber da geht es jetzt darum, Bewusstsein für die Veränderung, es geht um einen Paradigmenwechsel. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ganzheitlich und transformativ. Ziel ist die Veränderung, die Transformation der Gesellschaft. Das heißt, Ziel von Schule ist die Transformation der Gesellschaft. Steht auch bei der UNO, was ist der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert, junge Menschen zu befähigen, friedliche, gerechte, ökologische, inklusive Gesellschaften aufzubauen. Das ist der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert und nicht ein 1,0-Abi reingezogen, ausgespuckt. Jetzt hat die UNESCO ja schon viele gute Sachen geschrieben. Die haben auch letztes Jahr ein Heft rausgebracht. Da steht drin, Bildungssysteme, die den Schüler als Ware behandeln, sind strikt abzulehnen. Und dann bringt es doch nichts. Aber jetzt sagen Sie, wir brauchen den Whole Institutional Approach, ja, also dieser Paradigmenwechsel, innovative Lernformate, Gebäude und Campus, ich sage dazu, Leben, was wir lehren. Kannst nicht über Plastikgefahr unterrichten und benutzt die ganze Zeit Plastik in der Schule und so weiter. Und der dritte ist dann die wertschätzende Kultur nach innen und außen. Niemand hat alleine genügend Wandelpotenzial, als Schule muss mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten. Und auch da musst du diese wertschätzende Kultur leben. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat doch tatsächlich das Bundesbildungsministerium mit 350 Vertretern aller gesellschaftlichen Gruppen, Kirche, Arbeitgeberverband, NGOs und so weiter, den Weltaktionsplan in einen nationalen umgewandelt. Es gab sechs Fachforen, frühkindliche Bildung, Schule, Berufsschule, Hochschule, Kommune und Jugendpartizipation und die haben immer etwas erarbeitet, auch in interdisziplinären Gruppen, das eingespielt in die Gruppe und so weiter. Und im Juni letzten Jahres ist der nationale Aktionsplan Bildung für Nachhaltige Entwicklung verabschiedet worden. Da steht drin. Kann man das lesen hinten? Ja? Ist doch toll, sagt unsere Bildungsministerin. Ist durch die KMK gegangen, haben alle unterzeichnet. Also da stehen im Vorwurf, also in diesem Vorspann stehen total tolle Sachen. Für die Kitas ist ganz klare Linie angesagt. Alle Träger treffen sich jetzt und machen dies und jenes. Für die Schule ist dann das, was mal drin stand, da stand richtig, richtig gute Sachen drin, ist ein bisschen verwässert worden, weil ja konservative Länder mit unterzeichnen mussten. Aber es steht da, hat alles Empfehlungscharakter. Die Schulleiter mögen dafür sorgen, dass Jugendliche Freiraum haben, um sich in der Gesellschaft zu betätigen und so. Also da stehen, jetzt liegt das in jedem Kultusministerium, liegt das. Aber da liegt das auch noch in 20 Jahren, wenn wir jetzt von unten nicht aufgreifen und das nutzen und was tun. Ich habe zum Beispiel in Baden-Württemberg alle Schulen angeschrieben, wer sich transformieren will. Haben sich 75 Schulen gemeldet, die waren auch schon mit Schulleiter da. Also jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zentrum und im Ministerium, die Beauftragte für NB, wir arbeiten ganz eng zusammen. Die hat auch Mittel und wir machen zusammen Fortbildung und so weiter. Hier in Bayern weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie das ist. Aber es ist jetzt angesagt für die Republik. Es ist weltweit angesagt. Ja, darum geht es. Die Zeit ist reif. Überreif. Und was wir machen müssen, wir überschreiten ja schon Kipppunkte im Erdsystem. Wenn wir deutlich zwei Grad überschreiten, so auf 2, 3, 2, 4, gehen wir in irreversible Prozesse, die nie wieder zurückgedreht werden können. Dann wird der Amazonas, Regenwald, Wüste. Dann fallen die Monsunwinde aus. Dann fängt das Südpoleis an zu schmelzen. Da sind 70 Meter Wasser drin gespeichert. Wenn das einmal anfängt, geht es nie wieder zurück. Das wird 100 Jahre dauern oder so, aber es ist alles irreversibel. Und was wir bisher gemacht haben, auch in Schule, der Club of Rome hat das 1979 schon Schocklernen genannt. Wir müssen aus diesem Krisenmodus ins präventive Handeln kommen. Eine wahnsinnige Kulturwende. Vom Nachbeten ins präventive Denken und Handeln. Das ist die Kulturwende. Weil die nächste Krise können wir uns nicht leisten, weil die irreversibel ist und Kipppunkt im Erdsystem überschreitet. Ja, und der Club of Rome ist ja dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Der hat ja mit seinem Buch Die Grenzen des Wachstums erstmalig den systemischen Blick vor 50 Jahren in die Welt gebracht und da auch viel aufgewirbelt und viel ins Rollen gebracht. Das Buch jetzt zum 50. heißt Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Und mit wir sind ehrlich gesagt die Erwachsenen gemeint. Jetzt im Bildungssystem. Die Kinder und Jugendlichen gehen sofort mit. Kinder haben ja keine Angst und so, wenn sie noch nicht in der Schule gewesen sind und gehen ja alles an, wollen lernen und so weiter. Aber wir müssen diese Strukturen und Räume mit ihnen zusammen öffnen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht. Und wer heute sagt, Zeitdimension ist nämlich dringend, wir haben noch 4.400 Tage, dann ist 20.30. Und wer heute sagt, mein Kollegium ist noch nicht so weit, in zehn Jahren vielleicht, der hat seine Verantwortung nicht genommen. Ja, damit höre ich jetzt mit Teil 1 auf. Ich wollte einfach nochmal so en bloc einerseits zeigen, wo steht die Welt und zum anderen, was ist gerade bildungspolitisch an hochspannenden Sachen in der Republik, weil es steht natürlich nicht in der Zeitung, dass es den nationalen Aktionsplan gibt, aber im Internet ist alles zu finden. Es gibt ja auch Kultusministerien, die laden, also wahrscheinlich kriegen alle Schulleiter jetzt eine Information. Die kriegen dann sieben Folien zu BNE und gehen in ihr Kollegium und sagen, jetzt müssen wir auch noch BNE machen. Die, jetzt müssen wir digitalisieren, dann müssen wir auch noch BNE machen, weil das überhaupt gar nicht so rübergebracht wurde. Deswegen muss man sich da selber drum kümmern und Modelle zeigen, wie man Sachen anders machen kann, weil die Menschen brauchen Modelle und Bilder und damit bin ich jetzt bei der anderen Schule und da nehme ich jetzt, da gibt es schon mehrere von, es soll kein Kopiermodell sein, es soll nur zeigen, welche anderen Haltungen und wie eine andere Schule aufgestellt ist. Nehme ich jetzt hier mal meine eigene aus Berlin, die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Ziel der Schule ist, zukunftskompetente Jugendliche in die Welt zu entlassen. Ja, und wir haben so ein paar Musterbrüche eingebaut, Musterbrüche sind immer gut, weil die Menschen immer in alte Muster fallen und wir müssen unsere alten Muster überwinden, wir müssen rausgehen aus den alten Mustern. Ach so, und da kann ich auch nur sagen, ich bin ja viel in Lehrerkolleginnen und so, die SDGs, die haben so eine große Kraft, ja, weil wir können es schaffen, friedliche, gerechte, ökologische Gesellschaften aufzubauen, wir müssen nur alles umformen, wir geben 80 Prozent in Zerstörung und Kriege, ja, jetzt sollte schon wieder hier das Budget von der Rüstung erweitert werden und dann wollen sie jetzt Atomwaffen bauen, die 900 Mal Hiroshima Sprengkraft haben und wir machen so einen Zirkus mit. Also es ist genug da, ökologisch, technisch wird auch viel noch entwickelt und ist auch schon viel da, aber diese moralisch-kulturelle zivilisatorische Veränderung, die ist das Schwierigste. Ich habe übrigens, das kann ich Ihnen mal zeigen, haben Sie vielleicht draußen schon gesehen, ich habe die SDGs als Fight-Würfel machen lassen. Total schön, nimmt jeder in die Hand, wenn das auf ihrem Schreibtisch oder wo steht. Sind die 17 Sustainable Development Goals, dann stehen die vier Säulen des Lernens da drauf, Wissen zu erwerben, Zusammenleben lernen, Lernen zu handeln, Lernen zu sein und dann steht da noch Schule im Aufbruch drauf, da komme ich gleich ja nochmal kurz zu und man wird es doch nicht glauben, Schule im Aufbruch ist ausgezeichnet vom Bundesbildungsministerium und von der UNESCO als Change Agent für den für den Whole School Approach. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen vor ein paar Jahren. Ja, unsere Musterbrüche sind ja bekannte Weisheiten. Ja, ist der beste Innovation-Treiber. Nur unsere Schulen wollen ja immer Homogenität. Ja, wir wissen, informelles Lernen ist zu 75 Prozent ist menschliches Lernen informelles Lernen. Im Leben, in Situationen und dann reflektiert, dann ist es richtig gutes Lernen und nicht didaktisiert, nicht vorgeplant, nicht auf dem Arbeitsblatt und so und wir halten an diesem Alten fest. Also das Leben stellt die Fragen. Wir haben 30 Prozent Lernen im Leben bei uns und wir haben uns verabschiedet vom Expertentum des Lehrers. Du kannst, Schüler können auch, Lehrer können von Schülern sehr viel lernen, Eltern können ja total viel von ihren Kindern auch lernen und so weiter. Wir lernen alle zusammen und so arbeitet ja auch die Wirtschaft heute beziehungsweise die sind beim Kulturwandel und haben dieselben Probleme wie die Schulen, weil es um Haltungsänderungen geht. Die Themen sind dieselben. Ja, wir sind jetzt Ganztagsschule, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, und von diesem Ganztag sind 10 Stunden für die Basics in Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftslehre. Also von 36 Stunden sind 10 für dieses, was in den zentralen Prüfungen da gefragt wird. Und wir arbeiten in Jahrgangsmischung, achso, ich muss noch sagen, in Berlin dauert die Grundschule 6 Jahre. Wir haben auch Grundständige, habe ich dann auch gelernt. Ich dachte, wie toll, wenn Eltern es nicht aushalten, ihre hochbegabten Kinder noch länger diesen niederen Schichten auszusetzen, niederen intellektuellen Menschen, dann können die nach mit dem Einserzeugnis können die dann auf ein Gymnasium mit Prüfung gehen. Nach dem Vierten. Und es gab in Berlin G7, Schnellläufergymnasium. Da hast du dann noch die 8. Klasse überspringen. Also G8 gemacht und die 8. Klasse übersprungen, wenn er nicht in der Psychiatrie gelandet ist. Ich habe drei aufgenommen aus der Psychiatrie. Ich hatte es nicht für Möglichkeiten, dass es so etwas überhaupt gibt. Dann hast du nämlich mit 15 Abitur, kannst nicht ins Ausland gehen, an der Uni bist ja irgendwie auch noch zu jung und dann sitzt du da. Das schaffen sich jetzt wieder ab. Ja. Du brauchst für die Zukunft Menschen, die sich selbst organisieren können. 60 Prozent der Kinder, die heute in die Schule gehen, werden in den Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. die brauchen Kreativität, die werden auch ganz oft ihren Besuch, viele ihren Beruf wechseln müssen oder mal Chef, mal Teammitglied sein. Es sei denn, du bist jetzt in so einem Pflegerberuf oder so. Und wer sich da nicht selbst organisieren kann, der ist verloren. Der ist Opferposition und sagt, wird ihm hier alles passiert von der schlechten Welt. Und wir arbeiten jetzt in Jahrgangsmischung, siebte, achte, neunte. Ist eigentlich völlig normal. Sie gehen ja auch nicht in einen Volkshochschulkurs für 35-Jährige oder so. Oder sie trennen ja auch zu Hause, nicht wenn sie mehrere Kinder haben. Wenn die alle in so keine Kästchen getan und dürfen sich nicht begegnen und so. Das ist eben dieses Militär und wo die Wurzeln der Schule herkommen. Ja, und in Jahrgangsmischung kannst du ja schon nicht mehr dein Frontalzeug durchziehen und bei uns können sich die Kinder dann jeden Morgen aussuchen. Mache ich heute Deutsch, Englisch, Mathe oder Gesellschaftslehre. Das heißt, der Lehrer hat dann auch immer noch eine andere Gruppe. Das ist der Musterbruch, um da rauszukommen. Ich erkläre euch jetzt mal. Ja, sie können sich, sie müssen sich das so vorstellen wie Montessori mit modernem Material. Wir haben ein tolles Material gemacht, die können auch mal einen Rechner benutzen, wenn sie wollen. Sehr ansprechendes Material auch und dann ist eben Prozentrechnung, ist dann so ein Baustein und den bearbeitest du im eigenen Tempo auf verschiedene Methoden und so weiter und du kannst dir immer helfen. Helfen ist erwünscht, helfen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das in Schule systematisch unterlaufen wird. Willst du dir helfen, kriegst du das Heft abgenommen oder eine Sechs, weil du deiner Freundin erklären willst. In der Klassenarbeit zumindest. Und viele bauen sich auch noch so ein, damit bloß keiner abguckt. Ja, das sind alles Haltungen, die wir da anzüchten sozusagen. Also helfen ist einfach bei uns normal und gelebte Kultur. Wir sagen auch nicht und ihr helft euch jetzt, wie toll, sondern es wird einfach gelebt. Ja, und dann ist auch noch wichtig, wenn die ein Thema abgeschlossen haben, der Lehrer ist natürlich auch in Kontakt, der Lehrer hat ungefähr 80% Zeit, sich individuell um eine Gruppe, um ein einzelnes Kind und so zu kümmern. Aber der erklärt nur, wenn einer möchte. Das ist auch schön für die Lehrer. Dann sagen die, ach super, danke, jetzt kann ich weitermachen. Und sonst sitze da und, ich meine, warum wollen so viele Lehrer keine Doppelstunden? Weil er dann nicht mehr hinkommt mit dem Muster, was man da hat. Also ich will die Lehrer überhaupt nicht, die Lehrer geben alles und die Lehrer sind im falschen System. Wer da seine sechs Klassen hat, der kann bis nachts um zwei sitzen und kann nicht alles individuell machen, also nimmt er die Arbeitsblätter vom Verlag. Und das kannst du gar keinen Lehrer verübeln. Und bei uns ist es immer so, die Lehrer haben nur in drei Klassen Unterricht, also drei Klassen sind ein Team, ein jahrgangsgemischtes Team. Zwei Lehrer sind für eine Klasse verantwortlich, nicht doppelt drin, aber verantwortlich. Die sechs Lehrer treffen sich einmal die Woche, haben da ihre kleine Heimat und haben fast nur mit diesen Schülern zu tun und kennen die sehr gut. Ja, dann meldest du dich selber zum Test an und dann kriegst du danach ein Zertifikat, ein persönliches Zertifikat. Ich bin strikt für die Abschaffung der Noten. Und zwar, ich meine, wir wissen schon lange, Noten sind nicht objektiv, Noten sind nicht valide, so gar eine Mathematikarbeit, fünf verschiedenen Mathelehrern vorgelegt, hätte ich nie gedacht, bei Mathe gibt es eine Note zwischen zwei und vier oder fünf. Aber das wissen wir schon durch tausend Studien. Ich bin da so strikt gegen A, weil sie diese Kinder so auf eine Nummer reduzieren, auf eine Nummer reduzieren, niedriger geht es nicht, weil sie nichts davon haben an hilfreichem Feedback und vor allem aber auch, weil sie die neue Generation auf Konkurrenzhaltung und Vergleich fokussieren. Und da müssen wir raus, sonst kriegen wir die Transformation nicht hin. Und was wir machen ist, jedes Kind kriegt ein Zertifikat. Wir arbeiten immer nach Top-Tipp-Modell. Wir sitzen auch oft im Kreis und Kinder geben sich Feedback und so weiter. Immer Top-Tipp. Was ist dir gut gelungen und was könnte es zum nächsten Mal noch besser machen? Worauf solltest du achten? Und dann steht da drunter so eine Art Kompetenz-Raster und dann siehst du deinen persönlichen Fortschritt, auch sozial, wie du dich verhalten hast und so. Sehr motivierend, weil es ist Wertschätzung der Person. Kein anderer hat mein Zertifikat. Ich habe ja normalerweise Schüler mit, wenn sie mal unsere Schüler erleben wollen. Es gibt viele Filme, wo die dann auch sprechen. Ich erzähle ja gar nichts über die Schule, weil die es viel besser können, aber ich konnte die nicht mitnehmen, weil ich jetzt schon ein paar Tage auch unterwegs bin. Aber die sagen dann so richtig tief berührt, mein Lehrer hat sich die Zeit genommen, sich genau mit mir befasst und so weiter. Totale Wertschätzung. Ja. Das ist jetzt dieser Block. Was haben wir gemacht? Wir haben Angst und Stress und Druck rausgenommen. Du bestimmst selber den Termin deiner Klassenarbeit. Wir haben aber so ein System, da komme ich gleich noch drauf, dass die nie in ein Fach gehen und so. Das kommt gleich noch. Nie wird eine Klassenarbeit gemeinsam zurückgegeben. Also dieses, was hast du denn und so, das gibt es gar nicht. Natürlich guckt eine Freundin und sagt, ach Mensch, toll oder so irgendwie, aber nicht dieses, wer hat denn jetzt, manche Lehrer schreiben mir noch so einen Notenspiegel an. Und es gibt auch Eltern, die fordern den. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrem Arbeitsteam, ist irgendwas, wofür Sie benotet werden. Und dann steht es, na, Dings. Und alle sagen dann, wer hat wohl die fünf? Was da losgeht an, was es auch für einen Stoff gibt, für die Klassenschätze, wo Kinder sich niedermachen. Wie viele Kinder haben wir im Selbstmord gefährdet? Gerade 1800, glaube ich, über die Klassenschätze. Und ich wollte gerade sagen, jetzt werden ja wieder Stellen eingestellt, für Anti-Mobbing und so weiter. Oder die Bundesministerin in Nordrhein-Westfalen, die hat 197 Stellen jetzt geschaffen, weil jetzt jede Schule genau kontrolliert wird, wie viel Unterricht ausfällt. Das heißt, wieder mehr Arbeit für die Schüler und so weiter. Und 197 Stellen, um das alles zu kontrollieren. Sollen Sie lieber 197 Sozialarbeiter einstellen? Ja. Gut. Also, dies ist jetzt der kleine Teil, Wissen. Dann kommt, ich habe einfach mal ein bisschen BNE, stärkt Partizipationsfähigkeit. Partizipation ist eine hohe Kunst. Und die Zukunft wird, auch wenn ich hier bei einer Partei bin, die Zukunft wird eine Zukunft auch der Zivilgesellschaft sein. Die großen Parteien erodieren, jetzt die kleineren kommen, aber die Zivilgesellschaft wird viel von dem Neuen auch in die Welt bringen und mach mal große Beteiligungsprozesse und so weiter. Ich muss alles gelernt haben, zuhören, in Dialog gehen, nicht in Diskussion, nicht in richtig und falsch, sowohl als auch in Aufnehmen und so weiter. Und eine Möglichkeit ist auch eine kleine, das ist der Klassenrat. Bei uns gibt es ja jede Woche Klassenrat, machen ja ganz viele Schulen auch. die Klasse sitzt im Kreis, der Lehrer sitzt, da muss ich melden, wenn er was sagen möchte. Und es ist schon ein demokratisches Moment, eben auch geht um Konflikte, um Ideen, was sie machen wollen, alles Mögliche. Und dann gibt es einen Moderator, einen Zeitwächter, einen Regelwächter und einen Protokollant. Und das machen Kinder erste Klasse wunderbar schon. Es gibt viele Schulen, die dort mit den ersten, es gibt ja viel im Kindergarten schon so ähnlich Arbeit, nicht mit Aufschreiben jetzt, aber ja, BNE befähigt zu integrierter Denkweise. Du kannst keines der großen Probleme aus einer Einzeldisziplin heraus lösen und auch die Unternehmen, wenn die kreativ etwas entwickeln müssen, geht nur in interdisziplinären Teams. Und auch diese SDGs, die haben alle so Unterziele und von Ziel 1 bis 11 sind die Unterziele noch im Wachstumsparadigma. Wenn man die alle erfüllen würde, kämen die ökologischen Ziele 12 bis 16, würden im Meer untergehen oder irgendwo anders. Also alles betrachten, wie passt das zusammen und was müssen wir bedenken. Ja, und wir machen das im Projektlernen. Wir haben einen Tag die Woche Projekt, fünf Stunden und da geben so Fächer Stunden rein und es gibt ein Oberthema, man teilt ein Wasser und dann denken sich die Kinder in Gruppen dazu Forscherfragen aus. Eine Gruppe will vielleicht wissen, wie marode sind die, das wäre schon eine sehr anspruchsvolle, wie marode sind denn die tatsächlich die Rohre in Berlin oder was geben die ab oder so oder die gehen ins Klärwerk. und bauen das hinterher. Und die Nächsten gucken, was macht Nestle in Brasilien, kauft da die Quellen auf, verletzt Menschen recht auf Wasser. Und eine dritte Gruppe hatte virtuelles Wasser gehört, hatte ich nicht verstanden. Die sind dann auf dem Alexanderplatz und haben 100 Leute befragt, was ist virtuelles Wasser. 98 hatten den Begriff noch nicht gehört. Zwei hatten eine vage Vorstellung und dann haben die angefangen zu recherchieren und haben eine große Ausstellung aus Popmaché gemacht, um das zu visualisieren. Virtuelles Wasser ist von der Wiege bis zum Produkt und in einer Jeans stecken zum Beispiel mehr Wasser beim Kauf, als ein Mensch in 20 Jahren trinkt. Wenn wir eine Jeans kaufen, stecken da 8000 Liter Wasser drin, weil die Baumwolle so wasserintensiv ist, dann reist eine Jeans ja 15 bis 20 Kilometer durch die Welt, da wird sie gefärbt, da wird sie gesponnen, da wird dies, da wird jenes. Und, 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 haben sie alles mögliche herausgefunden und dann ist daraus geworden eine Tauschbörse. Dann haben die Kinder gesagt, aber keine Jeans mehr kaufen, ist ja auch nichts, ist ja, soll ja auch gar nicht so sein, aber nicht immer den Billigscheiß und wegschmeißen oder wir tauschen. Jetzt haben wir einmal im Monat große Kleiderbörse, wo getauscht wird und auch immer gut, was los ist. Die Erwachsenen machen da auch schon mit. Ja, im Projektlernen gehst du auch, da hat der Lehrer auch wieder die Moderationsfunktion, du lernst Zeitmanagement, du lernst Projektmanagement und es kann schon sein, dass das erste Projekt in die Hose geht, weil sie sich ihre Zeit nicht richtig eingeteilt haben, aber die Erwachsenen haben auch diese, diesen, wie nennt man das, auf Schibritis, da gibt es ja Leute, die da Vorträge drüber halten, in letzter Sekunde etwas machen und dann kriegst du eben bei uns keine fünf, sondern dann sitzt du im Kreis und dann wird geguckt, woran hat es gelegen, worauf musst du beim nächsten Mal aufpassen, das ist lernen, reflektieren, gucken, lernen aus dem, was passiert ist, lernen. Ja, eben gucken, doch, ich zeige jetzt noch hier eine Minute, ach so, halt, ich muss noch mal eben etwas sagen, da als Vorspann, in Klasse 10 arbeiten bei uns drei Fächer zusammen, Geschichte, Religion und Kunst und sie befassen sich ein halbes Jahr mit dem Nationalsozialismus und arbeiten auch kreativ dazu, auch wieder mit Forscherfragen hinterher und das ermündet in eine Ausstellung im Abgeordnetenhaus, die dann eine Woche für die Öffentlichkeit da ist und von den Schülern betreut wird und die machen immer so tolle Sachen, da habe ich gesagt, ich muss da mal einen Filmer hinschicken, dass der mal den Aufbau filmt und davon zeige ich jetzt aber nur den Anfang. Applaus Wir bauen gerade unser Haus auf und darin bauen wir später, also darin kann man sich später unser Hörspiel anhören. Wir sind halt aufs Thema Euthanasie gestoßen und kannten uns da nicht so wirklich aus und wollten halt da mal nachforschen. Dann haben wir zusammen geschlossen und wir machen jetzt ein Tagebuch, ein selbstgeschriebenes Tagebuch aus der Sicht einer Jüdin. Wir haben uns gedacht, im Rahmen des Projektes haben wir die Kathedrale von Coventry nachgebaut. Mein Thema sind stille Widerständler. Damit meine ich die Leute, die mit Absicht daneben geschossen haben, die den Nachbarn nicht verraten, die letztendlich einen Widerstand geleistet haben, von dem aber nie jemand gewusst hat, was davon erfahren wird. Wir beide haben eine Collage gemacht, also ein Film und ein Hörspiel, aber es zusammen zu so einer Installation gemacht. Ich stelle ein Projekt vor, dabei geht es um das Opfer Bildung im Nationalsozialismus. Also um die Fehlbildung oder im Grunde genommen uns beschäftigt, was ist eigentlich Bildung und was ist Fehlbildung im Nationalsozialismus. Also inwiefern wurde der Unterricht durch die Ideologie geprägt und was hat das mit den Schülern gemacht? Der ist im Internet, auf der Schulseite, wen das interessiert, hochaktuell. Und da sieht man, dass man sowas nicht in 45 Minuten machen kann, unterstellen kann und welchen Anspruch und welche intellektuellen Größe das hat. Ja, BNE bedeutet Aufbau von Kooperationen. Du kannst mit NGOs arbeiten, mit Künstlern und so weiter, aber wenn du nicht so einen Projekttag hast, hast du nur Stress als Lehrer. Wenn du denen sagst, von 11 bis 12 können sie kommen am Dienstag, dann sagt der Künstler, hallo, wie soll ich ein künstlerisches Projekt machen von 11 bis 12? Ja, dann sagst du, okay, ein Tag und dann musst du dir von anderen Lehrern Stunden wegnehmen. Und dann sagt der, aber morgen wird die Mathearbeit geschrieben, dann verpasst jetzt der Schüler die Mathearbeit oder irgendein Zeug. Wir machen uns so viel Stress, weil wir die Schule wie in so Kästchen organisieren. Ja, wir arbeiten auch mit Design Thinking, mit dem Hasso-Plattner-Institut und dies ist jetzt, ein Zitat wieder aus dem Nationalen Aktionsplan. Die Schaffung einer Partizipationskultur in Schule und Gesellschaft ist doch toll, wenn die alles uns als Auftrag geben. Ja, und dann haben wir, unsere Schüler haben alle, also die Klassen haben 26 und diese beiden Klassenlehrer, die zuständig ist und jeder hat 13 Schüler als persönlicher Coach. Tutor und Totant heißt das bei uns. Das heißt, jeder Lehrer hat zwei bezahlte Stunden, wo er sich mit denen trifft. Weil wenn du das nicht machst und die nicht unterstützt bei dem selbstorganisierten Lehren, manche brauchen ja vier Jahre, bis sie das dann können, dann kann es oft nicht gut gehen. Da fällt dann auch auf, einer hat zwei Englisch-Bausteine gemacht, aber sich nicht zum Test angemeldet. Und dann sagt er vielleicht, ich habe so eine Angst vor dem Test, in die Grundschule immer schief gegangen. Dann guckst du, was machen wir jetzt? Wie können wir eine Brücke bauen? Und, 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 und. Da kommen auch persönliche Dinge dann zur Sprache. Dann haben wir einmal die Woche die Schulversammlung. Da treffen sich alle, immer eine Klasse bereitet vor. und da ist immer das öffentliche Lob. Die stehen da alle an, zum Loben oder sich bedanken. Und das ist total berührend. Und sehr mutig, dich für 350 andere zu stellen und zu sagen so und so und danke. Aber ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Lehrer natürlich auch dabei. Und dann kommt Lied der Woche, singen wir dann zusammen. Manchmal lernen wir auch ein Lied der Woche zusammen. Dann gibt es Speaker Mind. Da kannst du auf die Bühne gehen und Kritik äußern oder einen Vorschlag machen. Und dann gibt es immer noch die Geburtstagskinder. Die werden dann auch besungen und so weiter und so fort. Ist eine wunderbare Gemeinschaftserfahrung, wo dann aber auch Leute von außen kommen, Dinge vorstellen können, Kinder ihre Projekte vorstellen. Und in der Oberstufe haben wir alle 14 Tage Menschen mit Botschaften da. Aber wenn jetzt wie hier ein Friedensnobelpreisträger kommt, dann ist er natürlich auch in der Unterstufe. Also es sind entweder berühmte Leute oder der Nachbar von nebenan, der ein gutes Flüchtlingsprojekt gerade macht oder sonst was. Und wir hatten letztes Jahr fünf alternative Nobelpreisträger da. Das macht natürlich mit der Schule was, mit den Lehrern, mit allen. Alternative Nobelpreisträger sind die besten Vorbilder, die ich kenne, weil die ja ohne groß Geld oder so zu haben, ihre Idee verfolgt haben, dran geblieben sind und richtig die Gesellschaft verändern. So und jetzt kommen unsere wichtigsten Fächer. Die sind nämlich wieder ein Musterbruch, die sind gar nicht in der Schule und da ist auch gar kein Lehrer dabei. Die sind im Leben. Da haben wir drei Fächer, Verantwortung, Herausforderung und alle ins Ausland. Verantwortung wurde 1998 an meiner Schule in Essen erfunden. Da haben irgendwann, als die Lehrer keine Stunden in ein Projekt geben wollten, haben die Kinder gesagt, wir brauchen doch die Lehrer gar nicht, wir gehen alleine. und Verantwortung heißt, jeder übernimmt eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen. Das kann etwas Soziales sein, etwas Ökologisches, suchen sich die auch selber und kann man so ab. Ja, wenn man mit einer Grundschule anfängt, muss man immer gucken, dass eine Aufsicht dabei ist, aber so ab 6. oder 7. Klasse brauchst du da auch gar keine Aufsicht. Ja, die gehen in Kindergärten, in Grundschulen, die machen da zum Beispiel naturwissenschaftliche Versuche mit den Kleinen, kannst du Kreatives machen, kannst du aber einfach nur spielen, wenn du im Kindergarten bist. Alte Leute, entweder in der Seniorenresidenz, heißt das ja heute, oder zu Hause, die einsam sind, brauchst du ja nur die Fachaufragen, die wissen ja sofort, wo einsame Menschen sind. Und ökologisch, die gehen auch in Schulklassen, machen Unterricht zu ökologischen Themen, denken die sich alle selber aus. Ich erfahre immer die irrischen Sachen von, wenn die mal so auf der Bühne dann auch erzählen. Ja, und das ist Herzensbildung, die ja in vielen Schulen fehlt. Und, weil das ist so berührend und da wartet einer und die freuen sich über mich. Und da lernst du eben auch selbstwirksam zu sein, sehr früh. Dies ist jetzt ein besonderes Projekt. Wir haben ja in Deutschland, vor allen Dingen da auch in den großen Städten, haben wir ja so viele sogenannte Bildungsverlierer, die zehn Jahre in die Schule gehen, keinen Abschluss haben und dann habe ich das Ding unseren Schülern erzählt, dann haben die gesagt, boah, ist ja ungerecht, die können da nichts für, die haben keinen, der ihnen hilft zu Hause, wir müssen was tun. Und jetzt haben wir schon seit sechs Jahren vier Schulen, so mit 95 Prozent, Migrationsanteil, so in Neukölln und so. Und da gehen wir so jedes Jahr 50 Kinder hin und helfen da im Unterricht, in den ersten Klassen. und die Kinder kommen alle angerannt und sagen, ach, lernst du heute mit mir? Die Lehrer sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen? Unsere Kinder tun was Wichtiges und wenn man jetzt an den Heidmeier denkt, wir tun was für die Begegnung der Lebenswelten. Freiwillig würden unsere Kinder auch nicht nach Neukölln gehen. Die haben mir am Anfang gesagt, wären wir da nicht erstochen auf der Straße? Da habe ich gesagt, nicht, und jetzt gehen sie zu denen nach Hause in die. Meine Vision ist, dass alle acht Klässler machen, würde die soziale Transformation unserer Gesellschaft sein. Das Projekt habe ich der GLS, von der GLS Bank, der Zukunftsstiftung Bildung gegeben. Da gibt es auch eine Seite, die heißt Bildungs, steht da Bildungsbande drüber? Ne, Bildungsbande heißt das. Da sind Filme und so weiter, das ist skaliert, das kann sich jede Schule nehmen. Die brauchen zweimal zwei Stunden Vorbereitung, können die losgehen, ist alles eigentlich fertig. Da habe ich auch einen Film zu, aber den zeige ich jetzt nicht aus Zeitgründen. Bin eh befähigt zum Handeln, jetzt haben wir ja schon Handeln, die handeln ja im Schulfachverantwortung im Projekt, aber jetzt habe ich noch mal hier den Felix, der kommt ja auch aus München, weiß nicht, wer den kennt, der Felix, Plan for the Planet, ist auch so ein wunderbares Beispiel. Ich hatte vor 200 Jahren, musste ich in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten. Als ich es vorbereitet habe, habe ich El-Gors Film eine unbequeme Wahrheit gesehen und habe herausgefunden, dass Wangarimatei in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Da habe ich gedacht, das können wir auch und am Ende meines Vortrags habe ich dann gesagt, lasst uns in jedem Land der Welt eine Million Bäume pflanzen. Kurz darauf habe ich ganz, gab es ganz, ganz viele Kinder, die mich damit unterstützt haben und dann wir haben dann zwei Monate später das offiziell gestartet. Ja, größte Projekt der Welt geworden. 15, also vor 10 Jahren sind die gestartet. Jetzt muss man sich vorstellen, Sie sind Lehrerin oder Mutter, stellen Sie sich mal vor, ja dann kommen die und sagen, und Kinder pflanzen jetzt in jedem Land der Welt eine Million Bäume. Würden bestimmt viele Erwachsene denken, der Kleine spinnt und würden nichts sagen. Aber seine Lehrerin hat gesagt, Felix, geh durch alle Klassen. Seine Schulleiterin hat gesagt, Felix, geh in andere Schulen und seine Eltern haben ihn unterstützt. Und ich habe ihn sofort eingeladen als Mensch mit Botschaft und so waren da genauso alt wie er, 10 Jahre oder 11 und wir haben dann 100, vorbesprochen 100.000 Bäume zu pflanzen. Ich dachte, Berlin ist so die Hauptstadt, muss immer groß vorangehen mit einer Vision und Berlin hat ja auch 300.000 Schüler, ein Baum, ein Euro. Ich hatte schon eine Fläche auch für so einen Kinderwald und dann habe ich gesagt, ich schreibe alle Schulen an und dann haben wir doch mit 300.000 Schülern in nullkomman nichts haben wir da unseren Wald. Keine einzige Schulleiterin hat mitgemacht. Keine. Jetzt hatte ich allerdings nur die Schulleiterin geschrieben über den Verteiler. Vielleicht hätte so ein einzelner Lehrer mitgemacht. Noch nicht mal aus meinem evangelischen Kreis, aber alle haben so Bewahrung der Schöpfung in ihrem Leitbild. Ja, da fällt ja Unterricht aus und wer soll das vorbereiten und wo soll das Geld herkommen und 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 und. Aber das erste Argument war, da fällt ja ein Teil Unterricht aus. Ja, und wir haben dann, achso, und zu dem Projekt von Felix gehört noch, dass du als Klimabotschafter ausgebildet wirst. Grundschüler werden zu Klimabotschaftern ausgebildet, können dann Vorträge halten, überlegen auch, wie kommen wir an Geld, wie kommen wir an Medien, wo können wir überhaupt hingehen, ganz toll. Und ich bin ja so ein Freund von Peer Learning, mache ich schon seit meinem, seit meinem ersten Jahr in der Schule. Ich war 13 Jahre am Gymnasium und da habe ich gesehen, was eigentlich in den Kindern steckt und die immer raus Projekte gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir ja, die Ausbildung können ja unsere Jugendlichen machen. Dann habe ich die Grundschule angeschrieben und da hatten wir innerhalb von einer Woche 137 Anmeldungen. Wir haben jetzt so ungefähr 500 Klimabotschafter ausgebildet und dann haben wir 100.000 Bäume gepflanzt und dann waren wir überall unterwegs bis nach St. Petersberg, wo ich wurde nur eingeladen, haben wir mal Referentengehalt, haben die immer gekriegt. Ja, und dann haben wir auch Schüler als Energieberater ausgebildet, die sind dann wieder an Grundschulen gegangen und dann könnten wir total nutzen. Also eine weiterführende Schule geht an Grundschulen, arbeitet mit den Grundschulen zu BNE jetzt und diesen Themen mit Kindergärten und dann alle zusammen und die Kommunen einbeziehen und die Eltern alle mitnehmen. ist ein Riesenfeld. Hier die Lara zum Beispiel. Upsi, Lara. Wo bist du da? Also ich war auf der Grundschule, also nicht auf der ESPM, sondern auf einer ganz normalen Grundschule und bin im Internet irgendwie auf Plan for the Plan den weiß von System UiS über, Batterie fast leer. Oh! Den weiß von Batterie fast leer. Dann bin ich zu so einer Akademie gegangen mit meinem Bruder zusammen, weil ich einfach mich für die Umwelt total interessiert habe, auch in einem Vortrag in unserer Klasse gehört habe und dachte, ja, irgendwie muss man doch was tun, wenn so viel schief geht in der Welt. Und dann hatten mein Bruder und ich die Idee, dass wir halt in der Grundschule, wo wir waren, überall Vorträge halten und einfach alle Kinder aufmerksam machen darauf, was eigentlich wirklich in der Welt los ist. Und dann haben wir mit unserer Schulleiterin geredet, die war erst nicht so begeistert, aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft, sie zu überreden und dann haben wir in allen Klassen der Schule Vorträge gehalten und am Ende sogar also selbst eine Akademie veranstaltet. Ich war total stolz auf mich und auch meinen Bruder, weil wir einfach so viel bewegt haben und ich glaube, da kann man auch ganz schön stolz drauf sein, wenn man das alles geschafft hat. Und habe dann zum ersten Mal Frau Raasfeld kennengelernt. Ach, da können wir stimmen. Und war auch gerade in der sechsten Klasse, wo man sich dann auch entscheiden muss, auf welche Schule man geht. Das braucht man jetzt nicht mehr gucken. Was wollte ich jetzt? Ach so, nee, ich muss jetzt hier aufhören mit meinem Computer, weil ich den jetzt nicht aufladen kann. weil ich dann den rausziehen muss. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, Frau Raasfeld erstmal zu danken für ihren langen und kenntnisreichen Schilderungen und Vortrag. Applaus 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 Applaus